Hey du! Hey! Hey du! Hey, jetzt schon! Jetzt schon aufwachen! Aufwachen! Weißt du, was soll denn das jetzt hier? Steh doch mal auf, Mann! Es ist Tag hell! Du kannst jetzt mal aufstehen hier, du hast Arbeit und so! Mach was! Hey du! Hey! Hallo! Oh mein Gott! Ach, bist du hässlich! Was? Also, ich will ja nicht sagen, du könntest hier mal aufräumen, hast dir das mal angeguckt? Und vor allem die Seite hier hinten, das ist dreckig wie sonst was! Ich bin jetzt ja wie im Schweinestall! Ja, den verstehst du hier nicht! So, also jetzt pass mal auf hier, du fängst an, Stall sauber machen, Porzellan putzen, Porzellan ist ganz, ganz wichtig! Ist das klar? Gut! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh ist das ekelig! Oh! Oh Gott! Wie der Boden aussieht! Oh Gott! Überall die Kacke! Ja, genau Praline! Mehr Brossel auch zu euch nicht zu sagen! Also, John, hier, gib mal Gas! John, das sieht doch noch fast gut aus! Das ist jetzt keine Ausrede! Jetzt fang einfach an hier, du hast dir Schweine geholt und du musst die aber auch nicht wie Schweine behandeln! Wir sind mehr Schweine! Kennst den Unterschied nicht? Oh mein Gott! Ja mein Gott! Also, jetzt leg! Los! Zack dich! Mach hinne! Geht doch! So! Ja, ist ja gut! Ich bewege mich! Oh mein Gott! Dass ich den auch noch mal bewegen sehe, ist ja ein Wunder! Oh Gott! Ja, genau! Nimm das Haus hier weg! Das ist gut! Und jetzt geh ich so lange nach da hinten und dann fängst du gefälligst an! Was? Jetzt schubst du mich hier nicht durch die Gegend! Was soll denn das? Okay, passt auf Leute! Haut einfach alle ab und lass diesen alten Sack arbeiten! Ja, du weißt ja, dass ich das nicht so ernst meine! Du alter Sack! Nee, 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 nee! Da wieder so ein ganzes Zeug runterräumen! Alles nur, damit ich die blöden Meerschweinchen sauer machen kann! Mein Gott, das grenzt dir an! Arbeit! So! Auf! Rest raus! So! Noch irgendwas? Nein, nein, nein! Ist alles gut! Wenn du jetzt auch noch irgendwas machst, dann bin ich auch noch zufrieden! Oh, eine Kamera! Hey, nicht weggehen! Du musst mich auch schon zeigen! Oh, das ist immer noch so dreckig hier! Zeit! Oh! Hi Semmel! Alles klar! Jetzt geh auch weg! Geht nach da hinten! Ich fang jetzt an sauber zu machen! Haha! Wer's glaubt dir täglich! Das glaub ich erst, wenn das fertig ist! So, die muss ich jetzt auch rausnehmen! Hey! Das ist unser Futter! Boah, wehe! Da kommt nichts Neues rein! Das sag ich dir jetzt schon! Ja, ich füll die später auf! Geh mir die auf den Sack, Mann! Ja, das war voll eine gute Idee, sich sprich ein Meerschweinchen anzuschaffen! Oh! Das war die intelligenteste Art! Hey, weißt du was? Ich sollte einen Meerschweinchen-Kanal aufmachen! Das wäre doch eine gute Idee! Ach, Quatsch! Das wird doch eh kein Idiot gucken! Hehehehe! Oh, warte! Ah, jetzt hab ich's verstanden! Oh, sorry! Na, ihr geilen Schnitten? Na, wie geht's euch? Oh, yeah! Ich bin sexy Semmel! Aha, aha! Könnt ihr auch hier die Kamera einzufressen? Sucht euch ein anderes Hobby! Auf geht's! Jetzt! Hau ab! Weg! So, ich kuschle ja gerne mit euch, aber ihr könnt jetzt trotzdem Abstand halten! Dankeschön! Irgendwie ist das wie Minecraft Skyblock für Meerschweinchen! Übrigens, was ist Minecraft? Hehehe! Hey! Soll ich immer eine Aufgabe geben? Äh, äh, Aufgaben? Ich und Arbeiten? Du musst Arbeiten! Was ist das denn jetzt hier? Mach was auseinander! Viel Spaß! Äh, 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 was ist das jetzt hier? Ähm, irgendwie ist das komisch! Was soll denn das? Oh mein Gott! Oh Gott, ist das hoch! Oh mein Gott! Ne, 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 ne! Hey Leute! Äh, kommt doch mal hier hin! Seid mal nicht so nutzlos und, äh, helft mir mal! Was soll denn das? Jetzt muss ich auch noch runter! Oh Gott, ist das hoch! Ihr seid so richtig übelst nutzlos! Das will ich nur mal gesagt haben! Das ist es schaffen! So, hier Sackfalten! Und jetzt alle... ...darüber! Sag den Leuten, die sollen da rüber gehen! Los Leute! Alle da rüber! Hört auf den alten Sack! Sonst werden wir hier nie fertig! Und, oh mein Gott! Ah, das riecht gut! Das ist alles irgendwie neu! Dicht machen hier! Zack! 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 Putzig! Und niedlich! Und putz mich! Und bin niedlich! Ich würde sagen, das ist dann fertig! Und die kleinen Sackfalten, vor allen Dingen der Porzellanherrscherin, der geht es richtig gut! Und die haben alle was zu fressen! Und bist du sehr zufrieden? Ja, also ich bin sehr zufrieden! Jetzt musst du nur noch deinen eigenen Schweinestall aufräumen! Was? Wie meinst du das? Ja, dreh dich mal um! Meine Unordnung! Nein! Nein! Nein!